Herzlich willkommen zu einem Folgevideo zur Arduino IDE 2.0 Installation. Und zwar geht es um die Einstellungen, die ihr noch vornehmen könnt. Ihr dürft einmal auf File Preferences klicken, dort sind die Einstellungen. Und wir stellen einmal um von der Sprache Englisch auf Deutsch die Compiler Warnings, also die Warnungen, die wir bekommen. Wir kriegen im Moment keine Warnung, das steht standardmäßig auf None und das stellen wir wenigstens mal auf Default. Das wird uns ein paar Tipps geben, wenn wir was falsch programmiert haben. Dann scrollen wir ein bisschen nach unten und wir machen hier noch ein Häkchen rein für Editor Quick Suggestions. Das sind Vorschläge, die wir bekommen, während wir tippen und das wird uns ein bisschen Arbeit abnehmen. Also diese drei Einstellungen einmal bestätigen, dann dauert es eine Weile und wir haben die Arduino IDE jetzt auf Deutsch und hoffentlich auch Vorschläge beim Tippen. Genau, dann haben wir noch eine Sache und zwar hier in dem Sketchbook. Da seht ihr, gibt es einmal Sketchbooks auf eurem PC, das nennt sich lokales Sketchbook. Und es gibt auch hier dieses, das nennt sich Cloud Sketchbook. Dieses Cloud Sketchbook verwenden wir im Roboterbasteln nicht. Und damit wir hier nicht versehentlich irgendwas in der Cloud speichern, können wir dieses Cloud Sketchbook deaktivieren. Und dazu können wir unter Datei Fortgeschritten Zeige Schrägstrich Verstecke Remote Sketchbook anklicken. Und dann wird hier das Cloud Sketchbook verschwinden und wir haben nur noch die Sketchbooks, die wir tatsächlich auf unserem PC haben. Noch eine Einstellung, die etwas schwieriger vorzunehmen ist, die uns aber hilft bei längerem Code, dass wir den Überblick nicht verlieren und unsere Codestellen leichter wiederfinden. Dazu drückst du einmal Ctrl Shift und P, dann kommst du hier in so ein Menü und da können wir suchen nach Settings und UI, also UI. Und da gibt es genau eins, nämlich hier Einstellung und Öffnen Benutzeroberfläche. Das wählen wir einmal aus. Dann kommen wir hier in ein größeres Menü und in diesem Menü, da suchen wir mal nach Minimap. Und wir brauchen zum einen Minimap Enabled, steuert ob die Minimap angezeigt wird. Ja, die wollen wir mal anzeigen. Max Column, das begrenzen wir mal auf 60. Und Minimap Scale, das können wir mal auf 2 einstellen. Und da schauen wir gerade mal, was sich da verändert hat. Ich gehe wieder zurück auf meinen Sketch. Und was du jetzt siehst, ist hier drüben, da gibt es einen neuen Bereich. Und hier sehe ich meinen kompletten Code in der Übersicht. Hier sehe ich den Anfang der Datei, da bin ich gerade. Und was ich im Moment nicht auf meinem Bildschirm sehe, ist, dass hier unten, dass es da noch mehr Code gab. Und diese Minimap, die erlaubt es mir jetzt, dort hinzuspringen an unterschiedliche Stellen von meinem Code. Ich kann es sogar als scrollbar benutzen. Ein Problem für euch Kinder ist auch, dass die Rückmeldung sehr spät kommt. Dadurch müsst ihr dann oft viele Fehler auf einmal korrigieren, was die Sache schwierig macht. Hier in diesem Code sind drei Fehler drin. Wer hat sie schon erkannt? Ja, macht nichts. Muss man nicht sofort erkennen. Und es gibt eine Einstellung in Arduino Studio 2, die uns hilft, solche Fehler früher zu erkennen und direkt anzuzeigen, bevor wir es hochladen. Was müssen wir machen? Wir drücken einmal STRG-SHIFT-P. Dann kommen wir in dieses Suchfeld. Dort können wir Settings UI eintippen. Dann gibt es hier den Eintrag Einstellungen öffnen, Benutzeroberfläche. Den hatten wir schon mal. Hier in dieses Einstellungs-Suchfeld, da tippen wir Real-Time. Und dann gibt es einen Eintrag, der heißt Real-Time Diagnostics. Da machen wir das Häkchen rein. Jetzt schauen wir mal zurück auf unser problematisches Programm. Da sehen wir mehrere Änderungen. Wir haben hier rote Schlangenlinien, so wie in Word. Wenn ihr was falsch geschrieben habt, kriegt ihr auch so Schlangenlinien. Wir haben hier in der Minimap rote Zeilen. Und hier in der Scrollbar sind auch rote Markierungen da, wo Fehler sind. Die Fehler behebt ihr bitte wieder von oben nach unten. Also den ersten zuerst. Und ihr könnt über die Schlangenlinien drüber fahren. Dann kriegt ihr die Fehlermeldung. Und hier haben wir zum Beispiel Expected Strichpunkt. Aha, ein ganz beliebter Fehler, der Strichpunkt. Der muss hier hinten dran. Gut, dann hat es sich sofort verändert. Hier sind die Schlangenlinien verschwunden. Hier drüben ist eine rote Zeile verschwunden. Dann kümmern wir uns um den nächsten. Hier haben wir Schlangenlinien bei Loop und bei den Klammern. Tatsächlich, hier ist eine runde Klammer zu viel. Dann beheben wir das. Und jetzt merkt ihr sofort, ändern sich auch die Fehlermeldungen. Nachdem wir den ersten Fehler korrigiert haben, ändert sich jetzt hier die Fehlerstelle woanders hin. Jetzt haben wir hier einen Fehler bei Hello World. Was könnte das Problem sein? Naja, bei Hello World, da fehlen hier die Anführungszeichen. Und dann sind all unsere Probleme verschwunden. Und jetzt müsste auch das Hochladen und Überprüfen klappen. Tatsächlich alles erfolgreich jetzt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao.